Unsere eigene, in Minecraft gebaute Dating-Plattform. Iiii, das sieht aus wie Don Balbano. Digga, dieser Skull. Warte! Iii, was ist das denn für einer? Johnny? Du hast so eine Rolle jetzt an, Digga. Deutsche Minecraft Bachelor, guck mal. Liebe Leute, das heutige Community-Event ist tatsächlich mal etwas ganz, ganz Neues, ja. Ich weiß, dass meine Community aus ewigen, alleinstehenden, unglücklichen Singles besteht. Unter anderem ja auch mir. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit tatsächlich euch, äh, euch zusammenzuführen. Mithilfe eines Resource-Packs und der neuen App Rewinder. Es hat nichts mit Tinder zu tun, auch wenn das hier im Titel steht, meine Freunde. Für folgende Beispiele keine Garantie. Wollen Sie diesen jungen Mann treffen oder diesen jungen Mann treffen? Rewinder. Genau. Finden auch sie, ihre Frau Bra. Ist jetzt ein Slogan, der ist, ähm, ja, das ist, äh, das kann man, das kann man so schreiben, sag ich mal. Wir haben auch einen kleinen Trailer dazu, den können wir jetzt auch nochmal ganz kurz reinziehen. Weil das ist nämlich auch ganz wild, Leute. Wir haben nämlich extra eine kleine Erklärung, wie die App funktioniert, quasi, bekommen. Ja, das ist auch ganz wild. Ja, Mann, Digga. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Absolut. Ja, es ist so, 100 Leute kriegen gleich erstmal alle ihren eigenen, äh, kleinen Raum, wo sie erstmal die ersten 5 Minuten ihren Hintergrund designen können. Um halt irgendwie, ja, Aufmerksamkeit auf sich zu errichten. Dann können wir eine Person auswählen nach den 5 Minuten, die dann der Rewinder ist. Die darf swipen. Ich will, dass Don Balbanus swipet. Tinder einfach in Minecraft, Leute. Ich will, dass Don Balbanus seine Freundin findet. Don Balbanus hat keine Lust. Oh, das ist natürlich schade, Don Balbanus. Wäre deine große Chance gewesen, eine Traumfrau zu finden. Eine Person hätte ich, die sich angeboten hat. Schnuggel. Ist es schlimm, Tobi? Das war mir klar, dass die da dabei ist. Ne, Spaß. Ist es eine Frau, ne? Ne, Frau. Nehmen wir. Machen wir. Nehmen wir Schnuggel. Ist das Joanna? Du weißt, wer Schnuggel ist. Das ist Joanna, genau. Ach du Scheiße, Tobi. Ne, Digga, Tobi, ich esse gerade ein komplettes Glas Gurken, weil deine Schwester das gesagt hat, ne? Echt? Tobi, lol. Kann deine Schwester mit tindern? Ich frag ihn, Mann. Kann ich die auf Super-Basis liken, Tobi? Äh, nein. Frag sie bitte, ob die das möchte. Nein, will sie nicht. Aha. Aha. Sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt. Das war deine Schwester. Ich kenn die Stimme deiner Schwester, Tobi. Nein, das war ich. Wieso gönnst du nicht einfach mal? So, 100 Spieler, 87. Also, das hier ist Rewinder. Unsere eigene in Minecraft gebaute Dating-Plattform. Ihr seht jetzt hier, it's born. Ihr kriegt das gleich... Ihr kriegt das gleich alle eine eigene Box zugeteilt. Hier, so sieht das aus. Und dann könnt ihr eure Box erstmal designen, ja? Baut da was Schönes hin. Ihr habt ja für 10 Minuten Zeit, mehr nicht? Also, nee, das ist auf 5 Minuten automatisch gestellt. 5 Minuten habt ihr Zeit, euer Profil einzurichten, meine Freunde. Das heißt, schreibt vielleicht einen kleinen Text auf ein Schild. Nutzt einen schönen Hintergrund und so weiter und so fort. Denkt dran. Ihr werdet heute hier verkuppelt, Leute, ja? Eine Frau swipet alle Männer jetzt hier durch, weil es eh wahrscheinlich nur Männer sind. Und wenn eine Frau dabei ist, ja, mein Gott, dann bist du jetzt bisexuell oder lesbisch. Dann ist das so, ne, Tobi? Ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen. Richtet eure Profile ein. 3, 2, 1, go. Okay. Hier wird massiv durchgeswipet, ja? Also, ihr müsst euch jetzt wirklich was richtig Schönes überlegen. Ein paar coole Anmachsprüche vielleicht. Vielleicht eine kleine Choreografie. Batsch! Hier schreibt einfach jemand einer Sau-Fan. Der baut sich hier ein Haus hin, der Bro. Der hat so ein... Ah, guck mal, McTommy ist halt auch ein Bauer. Deshalb baut er sich hier ein Bauernhaus hin. Auf ganzes Spanns. Drei Minuten noch Zeit, Leute, ne? Drei Minuten noch Zeit. Der Typ hat sich hier einfach eine Striptease-Stange gebaut. Okay, Gameboy. Der Coolboy, was er hier macht, frage ich mich an der Stelle auch. Das ist so ein bisschen Masterbilders-mäßig, ne? Okay. Der ist echt so. Fünf Minuten, wer den besten Pimmel baut. Ja. Oh, Digga, ja, man. Hier sind ein paar Leute dabei, die haben ganz wilde Sachen gemacht. Oh mein Gott, Digga, Tobi, komm mal zu mir. Digga, der ist aber wirklich auf Triad, Alter. Der hat auch so lustige Tinder-Sprüche bei sich in der Bio stehen, ne? Hast du das auch schon mal gemacht? Was ist dein Favorite? Ich bin sauschüchternd. Schreib mal bitte zuerst. Oder, ähm, guck mal, ich hab so eine Schraube in meinem Schwanz. Das war's. Hier schreibt einfach jemand auf dem Tilt. Bin zwölf, Bro. Was? Da. Bin zwölf, Bro. Du wirst deine Freunde jetzt hier finden, ob du willst oder nicht. Anime-Nebel, Digga, ob du willst oder nicht. Wie alt du bist. Oh, Tobi, hier, guck mal, auch wild. Wildes Profil mit einem Selfie einfach von sich. Digga, das ist einfach so lustig, wenn ich durch das Handy gucken kann. Ja, wirklich, das ist so geil, ne? Bro, der hat sich ein Lambo gebaut. Oh, der Flex bei den Miezen, Junge. Also manche Leute haben sich wirklich geisteskranke Mügel gegeben. Andere haben wirklich komplett reingeschissen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Let's go, Digga. So, jetzt werden wir erst alle wieder hier rüber teleportiert. Oben drauf sind jetzt nur drei Plattformen. Rot ist halt, die weggeswiped wurden. Blau, super like. Ja, 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 ja. So, Joanna, pass auf. Jetzt bitte. Wir machen das jetzt zusammen, okay? Okay. Du musst jetzt immer sagen, was du von dem Profil hältst. Und dann sagen, super like, like oder dislike, okay? Heißt aber eigentlich ja dann auch, dass du ja bei einem Like auch ein Like von dem bekommen haben musst, ne? Ja, können die mir auch Likes geben? Ne. Du bist aber die einzige Frau hier gerade, von daher ist auch, also eigentlich bist du, ja. Es geht eigentlich basically nur darum, dich zu befruchten. Joanna, was sagst du zu dem Profil von Klecksfighter? Also, die Lava Skater zu... Ja, finde ich perfekt. Digga, das ist... Kriegt ein Like von mir. Oh, hier, Anime-Nebel. Der ist, äh, der ist zwölf. Der steht auf dem Schild von zwölf, bro. Ach du... Also, zwölf ist auf jeden Fall zu jung für mich. Oh, guck mal, der hat aber ein schönes Profil sich gebaut. Der hat sogar, der macht sogar einen kleinen Dancer. Ne, ne, also super like muss schon was spektakuläres sein. Also, er tanzt da ein bisschen rum und er kriegt ein Läukel. Der hat die Haut von der Kuh abgezogen und ist da reingeschüfft. Okay, er macht mir ein bisschen Angst. Der ist verrückt, Mann. Der ist in so einem ganz seltsamen SM-Film. Ih, der sieht aus wie Don Balbanum. Da nehmen wir ihn doch mal rein. Ne, ne, ne. Ich hab Angst, dass er nicht auf ist. Oh, McTommy, guck mal. Oh, 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 oh. Digga. Sugar Daddy, warte mal. Das ist einfach Josef Fritzel, wa? Guck mal. Moment mal, der hat dir so einen Keller geba... Hallo? Oh, ne. Der hat eine eigene Farm, weißt du? Ist doch schon was älter. Ist doch eine Gauwutfrau. Aber hast du nicht eh so einen Daddy-Komplex? Ja, voll. Auch wegen Lack-Din-Luke und so. Also, passt eigentlich. Okay. Daddy-Komplex super like, wirklich. Oh, oh, super like. Find ich richtig sexy. Was soll das da hinten so sein? Junge. Das ist der Sonnenuntergang, Junge. Das ist der Sonnenuntergang. Ja, die koche ich schreien. Nein, guck mal. Guck mal, der Arme. Guck mal. Tobi, den fühl ich richtig, ne? Komm, mach jetzt. Ne. Oh, dislike. Zu wenig Mühe. Was steht da? Hi. Okay, du machst mir Angst. Ja, like. Like. Hölle ist gut. Du bist richtig greed. Du hast richtig Bock, ne? Ja, richtig. Ich möchte auf jeden Fall... Bock auf Cock. Der ist Bodybuilder, der Typ. Das sieht aus wie jemand, der einen Schlaganfall hat, wa? Tobi, ich gebe nie Like. Tobi, sag mal, wie ich auf Tinder agiere. Im Chat wird gerade gesagt, dass ich jedem Like gebe. Das stimmt nicht. Nein, 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 nein. Ich wähle immer wirklich aus. Ich muss wirklich, also... Ja, der weiß. Du bei mir. Oh, oh, Joanna. Er weiß wirklich, wie es läuft. Okay, warte. Ist aber auch wieder ein Daddy, ne? Und der hat nur ein Auge. Musst du bedenken. Du musst ihn irgendwann pflegen müssen. Der wird irgendwann bettlägerig, wa? Aber guck mal, er tanzt für mich. Naja. Okay, super, Like. Er tanzt für mich. Oh, Joanna. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Auch der drippt auf Supreme, der Boy. Ja, also... Tobi, wieso machst du mit? Ich guck nur, ich guck nur. Der hat super, Like, bekommen. Oh, damn, Bro. Also, Sarah ist wirklich gruselig mit den Skinners. Digga, dieser Skin... Oh, du Scheiße, Digga. Da ist Marvins Kopf aufgerückt. Digga, du Scheiße. Da steht einfach nur Saufen auch im Hintergrund, Digga. Ja, du, hey, Lauf. Egal. Oh, okay. Keine bisexuellen Tendenzien bei dir, okay. Du bist so heiß wie Lava. Mir wird ganz warm ums Herz. Und der hat so Pimmel da aufgestellt. Okay, ja, finde ich nice, okay. Oh, guck mal hier. Ah, guck mal, den kennen wir doch. Bro, der hat sogar sein Instagram. Woher kennst du die Leute, Mann? Wie weird bist du? Ey, Puppe. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, überzeugt. Finde ich nice. Oh, erlaubt ist jetzt hier. Oh, ja. Er bekommt super, Like, Robin. Er hat sein Aquarium einfach gebaut. Sehr schön. Oh, Homeox, Digga. Homeox hier mit Deutschlandwandeln wieder. Der Ehremann, Digga. Er wendet den Rücken zu und schreibt Vicky da drauf. Alter. Oh, guck mal, er ist vergeben. Er ist vergeben. Oh, oh, oh. Nee, geht gar nicht. Digga. Und er ist trotzdem auf Tinder. Ich bin Trimax-Fan. Okay, erstmal weg mit dir. Oh, Köfte, Remis, ekelhaft. Gib dem Dislike, gib dem Dislike. Schnell, gib dem Dislike. Dislike. Danke. Ich gebe dir PvP-Tipps. Ach, geh weg von da. Sie hat dieser Basti-Skin dabei. Ich kann Bauen. Und Depression. Oh. Das ist... Das ist... Hä, warum? Der ist einfach ich. Oha. Schokolade... Oh, oh. Schokolade finde ich geil. Oh, da ist die dann auch auf Frauen plötzlich... Okay, okay. Ich sehe schon. Was ist das denn für einer? Johnny? Ich mag es nicht. Tobi. Der hat sein Bett. Das ist mein Zimmer zu Hause. Digga, schau dir an. Ich bin minderjährig. Er spricht auf diesem Bett rum. Okay, nein, nein. Das ist mein Zimmer zu Hause. Ja, okay. Ganz komisch. Guck mal, dieser Typ ist ein richtiger Bachelor. Guck mal, der hat so eine Rolex. Alter, dieger. Der hat so eine Rolex an, Digga. Der hat so ein Gucci-Meld. Guck mal, der ist so richtig. Das ist Minecraft-Bachelor einfach. Deutsche Minecraft-Bachelor. Guck mal. Ja. Wie der da unter Palmen aus Plastik. Lelele. Wenn 15 ist, ist das legal. Nein, das ist nicht so. Tobi. Hat mich überzeugt. Superlike für den Behinderten. Okay, nice. Oh, das ist süß. So sieht euer Kind aus. Okay, nehme ich. Oh, guck mal. Ja, ein Professor. Oh, schlauer Mensch. Mit Stange. Digga. Mit St... Professor und mit Stange. Das muss einfach sein. Strippende Professor-mäßig. Nicht anfassen. Lambo teuer. Ja, er hat ein Lambo. Ich habe ein Langen und wurde 2008 geboren mit. Lass uns... Okay, zu jemals. Digga. What the... Alter, Digga. Hey, du geile Schneide. Revies Kackes wissen alle. Also date mich. Das ist der aus... Bei dem Planeten-Event, der da noch... Ja, Digga. Wieso gibst du dir einen Superlike, Alter? What the... Du dumme Kach. Du dreckige Kach. Verräter Kach. Ich mag Kuchen und bin neun. Oh, Mini Crafter 3. Der ist wirklich neun. Digga. Du kannst keinen neun-jährigen Kanten-Loop. Du kannst einen neun-jährigen Kanten-Loop. Digga. Der hat ein Big Mac gebaut. Alter. Er weiß, was... Big Mac. Sehr stark, ja. Digga, Joanna, du hast so inflationär, wie du Superlikes verteilst. Du bist wirklich ne richtige Kach. Ehrlich. Okay, schau mal. Also, Wack ist zweit. Also, ganz ehrlich. Du hast so viele Leute geliked, Joanna. Guck mal, ich hab aber gut verteilt. Wie viel Euro kosten Superlikes, Tobi? 1,80 für zwei Stück. Für fünf Stück. Für fünf Stück. Was? Ja, Joanna, da hast du hier auf jeden Fall... Also, da sind ja gut... Da stehen ja schon mal 10 Euro an Leuten, ne? Das ist schon... Das ist schon nicht wenig. Ja, bei den Gelikten. Das ist in Ordnung. Du hast auf jeden Fall Tinder Gold und Disliked, ja. Joanna, wenn du dir jetzt einen von diesen Skins aussuchen müsstest, am besten natürlich von den Superlikes. Welcher wäre das denn? Welchen möchtest du gerne für dich haben? Eine Ewigkeit später. Okay, Joanna, also, haben wir jetzt eine Entscheidung, oder was? Ja, ja, haben wir. Erlaubnis. Okay. Erlaubnis ist es geworden. Wir haben es geschafft. Wir haben unser gemeinsames Tinder-Paar tatsächlich gefunden, meine Freunde. Und es ist insane, wie diese beiden hier zusammengefunden haben. Wohin? Achso. Jetzt müsst ihr... Hallo. Ja, was? Hallo, auf einmal. Leg dich ins Bett. Erlaubnis, leg dich ins Bett. Leg dich ins Bett, du dummer Fisch. Leg dich hin, komm. Joanna, das müssen jetzt deine ganzen Tinder-Likes mit anschauen, ne? Leg dich hin. Ich glaube, das kann er nicht. Tja, Joanna, dann weißt du, was das heißt. Hallo. Das ist aus meinem Gesicht. Leute, das war es auf jeden Fall von diesem arschgeilen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wolltet. Ich mal bei Tinder komplett meine Community durchs... Das klingt so seltsam, Alter. Ich habe nur mehr in der Nähe. Wenn ich bei Tinder die Profile meiner Community bewerten soll. Vielen Dank an dieses geile Event, Leute. Kuss geht raus an Leon, an Tobi, an Joanna, an das komplette Team, die das hier wieder realisiert haben. Absolut arschgeile Nummer, Digga. Und ich würde sagen, wir sind an der Stelle doppelt und dreifach raus. Bis zum nächsten Mal.